Hey HeroManiacs, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem Tutorial, in dem wir uns noch einmal Gewinnt anschauen wollen. Das wunderbare Kartenspiel in der Welt des Witchers und es ist so ein bisschen der Nachfolger zur Würfelpoker, was unglaublich viel Spaß gemacht hat in den vorherigen Spielen. Und jetzt ist Gewinnt da und das Ganze wirkt auf den ersten Blick und wir hatten uns damals das Tutorial angeschaut, relativ simpel nach Kartendreschen. Es ist aber tatsächlich relativ viel Strategie mit dem Spiel verbunden und ich dachte mir, da mich viele gefragt haben, ob ich mal so ein bisschen meine Strategien teilen kann, nehme ich mal so ein kurzes Video auf mit so ein paar Tipps und Tricks. Wie gehe ich ran? Ob man dann gewinnt, ist natürlich eine komplett andere Sache. Die erste Taktik oder im Grunde genommen die erste Herangehensweise, die ihr haben wolltet ist, schaut euch in der Welt um und interagiert mit der Welt. Es gibt zwar Quests auch für Gewinnt, aber in der Regel sieht es so aus, dass ihr euch wirklich umschauen solltet und mit nahezu allen Händlern in der Welt reden solltet, egal wo ihr hingeht. Ich bin hier gerade in Ochsenfurt, hier sehe ich zum Beispiel, hier gibt es eine Taverne, hier gibt es einen Rüstungsschmied, hier gibt es Händler. Geht zu denen hin und lasst euch die Waren zeigen. Selbst wenn ihr ins Bordell geht, lasst euch die Waren zeigen, die Chance ist relativ groß, dass tatsächlich die einzelnen Charaktere euch Karten verkaufen. Und das ist einfach das A und O, eine möglichst große Auswahl an Karten zu haben, denn mit dem Standard-Deck, was ihr bekommt, werdet ihr vermutlich noch nicht ganz so viel reißen. Also ihr solltet euer Deck wirklich ein wenig ausbauen. Jetzt bin ich hier mal kurz reingegangen, wir werden heute mit einem nördlichen Königreiche-Deck spielen. Es gibt ja mehrere Fraktionen, das ist die eine Fraktion, es gibt dann zum Beispiel noch die Scoia-Tel, es gibt die Monster-Fraktion, es gibt die Nilfgarde. Also ihr könnt für unterschiedliche Fraktionen Karten sammeln. Was bei euch vermutlich passieren wird, ist, dass ihr die meisten Karten in der Anfangszeit für die nördlichen Königreiche findet. Und jetzt kommt im Grunde genommen schon der erste Trick, den ihr, der Tipp, den ihr beachten solltet. Schaut darauf, dass ihr nicht mehr als 22 Einheiten-Karten habt. Es ist unglaublich verlockend, wenn man, ich könnte jetzt hier auch mein Deck sehen und ich könnte jetzt hier ohne Frage super viele Karten reinkloppen und denken, hey, ich hab doch möglichst viele Karten. Im eigentlichen Spiel sieht es so aus, dass wir maximal 10 Karten eigentlich ziehen, mit denen wir alle Runden bestreiten müssen. Es gibt natürlich Karten, die haben Sonderfunktionen, dass wir Karten nachziehen können, aber in der Regel sind es 10 Karten. Und wenn ich am Ende ein Deck hab, was aus 30, 40 Karten besteht, ist natürlich die Chance groß, viel Quatsch zu ziehen. Also maximal 22 Einheiten-Karten. Also entfernt euch den Rest, was ihr nicht braucht, packt es raus. Bei den Sonderkarten sieht es ein bisschen anders aus. Ich geh mal ganz kurz hier rüber. Und zwar, jetzt muss ich nochmal hochkommen. So, also allgemein, wir haben ja die Nahkampfkarten, wir haben die Fernkampfkarten, wir haben die Belagerungskarten. Das sind die Karten, die als Einheiten-Karten zählen. Dann gibt es aber noch die Wetterkarten und allgemeine Sonderkarten, wie hier das Horn des Kommandanten. Das sieht ein bisschen anders aus, denn davon würde ich fast sagen, packt euch 3 bis 6 ins, ja, ins Spieldeck rein. Denn tatsächlich, die Wetterkarten sind teilweise so ein bisschen das, was das Spiel in vielerlei Hinsicht entscheiden kann. Es sind die Karten, die euch einfach Boni geben. Mit reinen Einheiten-Karten zu gewinnen, ist unglaublich schwer. Ihr solltet wirklich auf diese Wetterkarten ein wenig setzen. Packt euch da nicht zu viel von rein. Es ist immer ganz gut, in meinen Augen, diese gute Wetterkarte reinzupacken. Denn damit könnt ihr, ja, viel Schaden des Gegners ignorieren, ungeschehen machen. Und guckt ein bisschen drauf, was hat euer Anführer. Das ist hier zum Start, wenn ihr das erste Mal spielt, dann habt ihr, wo haben wir ihn gerade? Jetzt müsst ihr die Volltestkarte noch finden. Ich glaube, die kann ich gar nicht so auswählen. Auf jeden Fall unser Anführer hier, da sehen wir einen Volltest. Das heißt, hier sieht es zum Beispiel so aus, dass seine besondere Fähigkeit ist, dass er eine extrem dichter Nebelkarte spielt. Also es macht keinen Sinn, wenn ihr mit einem Deck spielt, wo Volltest euer Anführer ist, da noch eine extrem dichte Nebelkarte reinzupacken. Denn ihr könnt ja jederzeit die Heldenfähigkeit triggern. Und guckt dann eher, dass ihr euch auf andere Reihen konzentriert, wie zum Beispiel hier klirrende Kälte. Ja, abschließender Tipp ist dann noch, guckt ein wenig auf die Stärke eures Decks. Also es bringt nicht so viel, ein Deck zu spielen, wo Karten drin sind mit einer relativ niedrigen Stärke. Also wir sehen das hier. Ich habe hier zwar auch eine Karte drin, die eine Stärke von 1 hat, hier eine Stärke von 2. Aber im Grunde genommen sollte eure Stärke schon relativ hoch sein. Also je höher einfach diese Einheiten sind, umso mehr Schaden richtet ihr an. Das ist relativ logisch und, glaube ich, macht relativ viel Sinn. Also guckt darauf, dass ihr, wie gesagt, diese Low-Level-Karten, wenn die keine besonderen Fähigkeiten haben, guckt, dass ihr die ersetzt und so früh wie möglich und dass ihr die gar nicht erst drin lasst. Wie gesagt, auch hier könnt ihr euch natürlich ein bisschen damit helfen, indem ihr bestimmte Sonderkarten ins Deck reinpackt. So, dann wollen wir mal loslegen und uns einfach eine Partie mal anschauen. Ja, ihr habt mein Deck ja gerade schon gesehen. Mit dem werden wir jetzt natürlich auch spielen. Es sind, wie gesagt, 22 Einheiten-Karten drin. Ich habe jetzt drei Sonderkarten drin. Warum ich bei drei bleibe, seht ihr jetzt aber gleich relativ schnell. So, unser Gegner spielt ein Squirtel-Deck. So, und jetzt ist natürlich das, warum das so wichtig ist, sein Deck übersichtlich zu halten. Denn wir haben diese zehn Karten, die wir jetzt gezogen haben. Das sind die einzigen zehn Karten, mit denen wir jetzt die nächsten Partien, also diese Partie hier spielen werden. Wir müssen uns mit diesen Karten arrangieren. Das heißt, habe ich jetzt zum Beispiel 30 Karten in meinem Deck. Ist die Möglichkeit relativ groß, bei diesen zehn Karten einfach Bullshit zu ziehen. Deshalb ist es so wichtig, das Deck übersichtlich zu halten, das Deck tight zu halten, wie man so schön sagt. Und sich dann wirklich, die Möglichkeit ist so größer, hochwertige Karten zu ziehen, als wenn ich 30 Karten drin habe. Da ist die Möglichkeit deutlich höher, dass ich nicht die Sachen zielig unbedingt haben möchte. So, wir beginnen jetzt damit zum Start der Partie, dass wir zwei Karten austauschen können. Das ist in jeder Partie der Fall. Und man muss immer so ein bisschen drauf gucken, was hat man, was macht Sinn. Ich werde an der Stelle zum Beispiel diese beiden Karten drin lassen, weil die ergänzen sich ein wenig. Wir haben einen Spion, den lasse ich auch drin, weil er mir einen Card-Draw gibt. Wir haben meine Verbrennen-Karte, also das ist eigentlich eine meiner Spezialkarten der Drache. Der ist großartig, den werde ich gleich noch in Aktion sehen. Ähm, ich werde austauschen, ähm, hier, das ist eine ganz normale Fernkämpferin, die werde ich austauschen, weil die bringt mir gerade nicht so viel. Dafür kriege ich eine ganz normale Fernkämpferin zurück, wie passend. Ähm, dann tausche ich hier noch den aus. Was kriege ich dafür? Eine Schönwetter-Karte, das ist sehr schön. So, und jetzt geht's los. So, er legt die erste Karte, legt in der vordersten Reihe und, ähm, seine Spezialfertigkeit war quasi, dass er meine Voltesse, also Heldenkarte, stumm legt. Das heißt, die kann ich nicht nutzen in dieser Runde. Ist aber auch nicht ganz so schlimm. Wir fangen jetzt erstmal an, ganz normal was auszuspielen. Und, ähm, ein Tipp, den ich euch direkt gerne zum Start der Partie an die Hand gebe, ist, schaut so ein bisschen, was euer Gegner macht. Also, wenn euer Gegner primär Nahkampfkarten zum Beispiel spielt, dann, ja, haut in die gleiche Kerbe. Es macht einfach Sinn, in die gleiche Kerbe zu hauen, denn die Chance ist relativ gering, dass er Wetterkarten auf seine eigenen Karten legt. Und, ähm, wir werden jetzt hier mal anfangen, ähm, einen der Zwillinge hier unten zu spielen. Mal gucken mal, was macht er. Okay. Oh, sehr interessant. Er hat nämlich hier Karten mit einem, so einem Doppler-Effekt, äh, die heißen, warte, das heißt nicht Doppler, das heißt, äh, äh, warte, wie heißt der Effekt? Der Effekt heißt Musterung und das ist eine, äh, eine Arschlochfähigkeit, möchte man fast sagen. Denn ihr habt gesehen, er hat einen davon gespielt, ähm, den hier, und konnte in seinem Deck Karten raussuchen, die den gleichen Namen haben. Ihr seht, das sind auch Zwergscharmützler hier und die automatisch spielen. Wirkt auf den ersten Moment komplett imbar, komplett heftig, weil wenn du solche Einheiten hast, die, oder du kannst das Deck natürlich um sowas aufbauen. Das heißt, pack dir drei Zwergscharmützler rein, du hast, ähm, eine andere Karte, die den gleichen Namen hat. Du kannst so reinhauen und dem Gegner so viele, ja, äh, Punkte direkt in den ersten Minuten klauen. Und das ist unfassbar. Jetzt kommt hier aber tatsächlich was, was Schönes zur Geltung. Und wir sehen, dass unser Gegner einen relativ großen Vorsprung an der Stelle hat. Und das bedeutet, man sollte, und das ist ein sehr wichtiges Element, das Passen nicht vergessen. Ähm, im ersten Moment macht es natürlich gar keinen Sinn, warum sollte ich passen, warum soll ich in irgendeiner Art und Weise mein, ja, meine Partie abgeben. Was macht das für einen Sinn? Ihr müsst aber bedenken, je mehr Karten ihr legt, desto größer ist der Vorteil eures Gegners, denn ihr habt weniger Karten am Ende. Und das heißt, in späteren Runden kann er natürlich, ja, euch relativ schnell ausmanövrieren, weil ihr keine Karten mehr habt. Ihr müsst aufgeben und er legt weiter schön Karten, hat die Punkte. Ähm, immer drauf achten. Also, ich hab mir als Regel gesetzt, wenn der Gegner im Grunde genommen zwölf Punkte Vorsprung hat, passe ich die Runde, konzentriere mich auf die nächste. Das gleiche gilt aber auch, wenn ich zwölf Punkte Vorsprung habe, dann passe ich auch, weil er muss natürlich nachlegen, um drauf zu kommen. Gut, ähm, was machen wir jetzt hier? Ich könnte natürlich, und alles andere wäre ein bisschen Verschwendung, also auf eine Seite, ich könnte natürlich jetzt passen. Ich könnte sagen, ich passe an der Stelle, äh, bringt mir hier aber noch nicht besonders viel. Das heißt, wir spielen nochmal die Karte, ähm, die beiden Karten sind zusammen, kriegen jeweils plus zwei, dadurch gehen wir an ihm vorbei. So, er, oh, er legt den Kommandanten drauf, das heißt, kriegt hier nochmal einen deutlichen Bonus. Okay, ist natürlich für mich jetzt so ein Moment, wo ich früher oder später drüber nachdenken muss, meinen Drachen zu legen. Denn, äh, der zerstört quasi seine stärksten Einheiten, äh, Nahkampfeinheiten-Karten. Das Problem ist, der zerstört den und nicht die hier. Das wäre schöner, also, in so einem Fall ist es ganz schön, wenn man den ersten Zwergenscharmützler zerstört, fliegen auch die anderen beiden raus. Ähm, jetzt muss ich nur mal überlegen. Wir könnten natürlich, jetzt muss ich mal überlegen, wir könnten natürlich den Spion spielen. Der wandert auf seine Seite und, äh, wir kriegen zwei Karten in unserer Decke rein. Hm, also es ist ein großer Unterschied, es sind zwölf Punkte Unterschied momentan und, genau, wir machen das. Also, äh, wobei ich könnte natürlich auch, äh, hier schon aufgeben, aber ich will den Card-Draw, glaube ich, noch haben. Genau, wir spielen jetzt die Karte. Wandert auf seine Seite, er wird wahrscheinlich schon passen, denke ich mal. Ich denke, er passt jetzt. Oh, er spielt weiterhin Karten aus, ist für uns natürlich perfekt. Das ist für uns eine perfekte Situation, die hier gerade passiert. Ähm, denn ich werde jetzt passen. So, ich passe jetzt. Okay, er spielt jetzt keine Karte mehr aus, kriegt durch den Sieg eine Karte zurück. Das ist so, wer die Partie, wer die Runde gewinnt, kriegt eine Karte zurück. Aber, wir sehen gerade den Unterschied schon. Und zwar hat er jetzt sechs, beziehungsweise gleich sieben Karten und wir haben neun. Das heißt, wir haben auf jeden Fall immer zwei Karten, die wir nachlegen können. Oh, er passt direkt, er passt direkt zum Start. Äh, das ist interessant. Das habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Ähm, er passt direkt, oh, er hat keine Karte dazu bekommen, merke ich gerade. Äh, kann an der Heldenfähigkeit der Scoia Teller liegen. Ähm, das ist interessant, er passt jetzt quasi direkt. Und jetzt spiele ich natürlich meine Karte mit dem niedrigsten Wert aus. Äh, das heißt, wir spielen den. Wir behalten trotzdem weiterhin zwei Karten Vorsprung, also sechs zu acht. Und dadurch, dass wir die Runde gewinnen, kriegen wir jetzt aber auf jeden Fall eine Karte dazu. Wodurch wir dann wieder sechs zu neun haben. Sollte zumindest so sein. Ja, genau, wir sehen es, wir kriegen einen Card Draw dazu. Ja, und jetzt in der letzten Runde, hier geht, hier geht es um alles. Hier geht es jetzt um den Käse der Partie. Und das heißt, äh, wir müssen so ein bisschen, wir müssen eh alles spielen. Also für uns geht es darum, alles zu spielen. Und wir haben eine relativ gute Grundvoraussetzung an der Stelle. Das heißt, wir haben hier einmal das Horn des Kommandanten. Äh, wir haben den Drachen, falls er Nahkampfeinheiten spielt. Wir gucken mal, was passiert. Wir spielen erstmal ein bisschen aus. Oh, er hat große Karten, die er hier legt. Er hat sehr, sehr große Karten, die er hier legt. Das Problem ist natürlich weiterhin, dass mein Voltesse hier stillgelegt wurde durch seine Scoia-Tel-Fähigkeit. Ähm, ansonsten wäre das jetzt natürlich perfekt, den hier zu spielen. Direkt Nebel über die mittlere Reihe zu legen, aber... Tja, man kann halt nicht alles haben, ne? Ja, wir legen erstmal. Wir legen und legen und legen. Wie gesagt, in der letzten Runde ist eh ein offener Kampf auf beiden Seiten. Dummerweise ist das nicht ganz so schön, dass er jetzt hier den Regen gelegt hat, aber auch noch keinen Beinbruch. Denn wir haben ja hier die Schönwetterkarte. Und ich kann nicht häufig genug diese Schönwetterkarte loben. Ähm, ich würde mir manchmal lieber, äh, mehr Schönwetterkarten als schlechtes Wetterkarten reinlegen. Aber allgemein, Wetter ist einfach hier der Schlüssel zum Erfolg. So, äh, wir spielen aber jetzt noch nicht. Wir gucken erstmal, was er hat. Wir haben ja ein solides Polster momentan. Ich spiele erstmal aus. Erstmal ausspielen jetzt an der Stelle. Er muss ja eh ausspielen. So, legt noch Nebel drauf. Dieser hätte ich jetzt die Schönwetterkarte gelegt. Vorhin hätten wir jetzt nämlich ein Problem, dass die mittlere Reihe Punkte verloren hätte. Also, denkt ein bisschen mit. Es ist ganz wichtig, hier mitzudenken, was passieren könnte. So, äh, ist eigentlich egal, wo wir liegen. Also, regulär könnte man sagen, oh Gott, wir hätten hier gar keine Chance mehr groß, wenn ich die Schönwetterkarte nicht hätte. Denn dann wären die ganzen Karten ja hier nur, ähm, jeweils einen Punkt wert. Aber so kann ich die erstmal ausspielen. Die kriegen am Ende eh noch was drauf. So, Schönwetterkarte hebe ich mir auf. So, wir spielen auch den noch. Wie gesagt, dass wir jetzt im Hintergrund sind, ist gar kein Problem. Also, eigentlich müssten wir diese Runde locker gewinnen. So, oh, er kriegt eine Karte aus seinem Deck. Der hat nämlich eine Heilerin hier oben gespielt. Dadurch konnte er eine Karte vom Ablagestapel ziehen. Ähm, ist für uns aber auch nicht ganz so schlimm. Denn, jetzt kann ich zumindest meinen Drachen spielen. Und ich hab ja gesagt, der zerstört die Karten mit dem höchsten Angriffswert, wenn der komplette Wert in dieser Reihe auf 10, in dieser Reihe, auf 10 geht. Und, äh, das heißt, wahrscheinlich gehen sogar beide Karten platt, denke ich mal. Ja, ja, tatsächlich. So, und er hat jetzt seine letzte Karte, die er spielen kann. Oh, weh seh mir, alter Wämser. So, und im Grunde genommen, ich hätte jetzt sogar hier mehrere Möglichkeiten zu gewinnen. Also, ich könnte natürlich jetzt hier mein Horn spielen, was die Angriffsstärke einer Reihe verdoppelt. Wenn ich's hier drauf lege, äh, geh ich locker dran vorbei. Ähm, ja, ich lege aber jetzt einfach mal, für den Effekt lege ich nochmal die Schönwetterkarte. Wir sehen, das Wetter ist weg. Wir sind so weit, meilenweit jetzt schon vorbei. Ähm, ich muss hier nichts mehr ausspielen. Es gibt keinen Grund für mich, in der Runde noch was auszuspielen. Aus Spaß an der Freude lege ich hier hinten nochmal was rein. Warum nicht, ne? Willkommen, wir legen die letzte Karte, legen wir auch noch. Um einfach mal so richtig fette Punkte zu kriegen. 65, das ist tatsächlich sehr solide. So, und ihr seht, wir haben die Partie gewonnen. So, und dann noch ganz kurz ein paar Tipps, äh, wo ihr Quest für gewinnen kriegt. Das hab ich ja anfangs erwähnt. Es gibt tatsächlich Quests und in der Regel findet man die fast am besten, wenn man sich die Anschlagbretter anschaut. Zum Beispiel hier, hab ich mal geguckt, hier gibt's ein, ähm, ne Quest, wo es darum geht, dass man gegen den Kerl der Vivaldi-Bank antreten soll, äh, der angeblich ein Betrüger ist. Und, äh, ja, kann man sich mitnehmen. Ist dann, wie gesagt, eine neue Quest. Wir sehen das hier. Ähm, die gibt's überall, also nicht nur in der Hauptstadt. In der Hauptstadt sind die Gegner mit Sicherheit ein bisschen stärker. Und das sind nicht alle Quests. Also es gibt unter anderem dann auch, das werde ich jetzt nicht zeigen, weil ich will niemanden spoilern, wenn ich den Questlog zeige. Aber, ähm, es gibt zum Beispiel die möglichen, also wenn ihr das erste Mal allgemein gewinnt, gewinnt, dann kriegt ihr eine Quest, wo es darum geht, alle Sammlungen zu vervollständigen. Es gibt bestimmte Gegner, gegen die ihr antreten sollt, wie gerade bei diesem Anschlagbrett. Und, ja, da gibt's einfach viele Möglichkeiten, an solche Partien heranzugehen.